Willkommen zu einer weiteren Folge Levy mit dem Oro Ja hallo so munterfröhlich geht es weiter LKW ist ja nur so gut wie voll also 600 Prozent so man muss schon mal hier und den ganzen Klackradatsch wegform man hätte schon um die 60 Euro nennen mit der Abgeordneten ungefähr 90 ja auch haben wir sehen nun nun ist ja klar so gut der Passwort hoch von den Felgen also vom vom ganzen Weg hast du es eigentlich so ideal wie wir jetzt die Felder haben ja ist alles gleich in der Nähe genau ja so ich kippe aus mhm so der erste ist leer ok so der zweite wird alles gekippt der ist jetzt leer und jetzt der dritte ich stelle jetzt mal einen Zug weg so der dritte ist leer ich stelle jetzt mal einen Zug weg der Zug fährt los also mit den 6.000 habe ich mit dem kleinen wirklich verschätzt um 2.000 Euro ja mal gucken ab schon auf die um die 90 kommen wie ich sagte aber jetzt der lag schon mal mit meinen Schätzungen nur so gut wie wir es ich müsste noch 2 mal fahren 2 oder 3 mal fahren und das fällt auch schon fertig cool ja wo 75 habe ich diesmal ganz schön verschätzt ja so wie weit ist denn jetzt hier ist das ist noch das vertreten der ist noch wie hat mir jetzt die Sautmaschine genannt die Dünngmaschine war doch der Besorber der Eierleger war's ja ja der Eierleger ja Stimmt Eierleger Oh das heißt die ganzen Maschinen haben es auch bitter nötig um Drehungen gemacht zu werden ja gut ist ja das letzte Feld ne die Dreckste Eierleger das ist heftig das ist alles das ist ganz schön der Bühne das kommt die Dreckste Eierleger sehr öffentlich die Dreckste Eierleger das ist ne im die Dreckste Eierleger ich bin voll gerade in den Weg zu tun den Stellstand halten nur wo ich denke mal unten wirst du dann wieder ich muss noch von alles ja ja ich muss sagen der Thrasher ist noch relativ sauber ja, irgendwie kriegt der keinen Trick ab da ist schon wieder ein Fall für Galileo ein bisschen sieht man aber nicht viel das hätte die Maschine nie gearbeitet, ne? merkwürdig merkwürdig sehr, sehr merkwürdig definitiv, wie beim Fall für Galileo müsste man oh ja es sei dem ihr wisst es dann schreibt es nochmal in die Kommentare na gut, wir machen saubere Arbeit, ne? das Ding zumindest das Ding oder ich halte eine beste Ausrede rein aus dem Ohr und dann schreibt sie auch mal in die Kommentare was denn wer jetzt schon was für eine Ausrede hat der Blaue muss bald mal wieder betankt werden was machst du damit? da hat nur noch 105er Schlitter drin was? was? hm aber beim nächsten Mal Stroh abliefern wer stimmt dann mal betanken oh ja und das schluckt auch ganz gut, ne? denn so ein 100 140 Schlitter ja und nach Verlangen und die Schleißungen 3 doch zwar das war auch ich muss doch schlicht jetzt wieder das ging ich wünsche schweren ich hatte nicht viel zu tun jeden Tag ein Ei und Sonntags auch mal zwei genau so geht das jetzt hieß nur wieder ein ja das nur bei das Wort geht ja ich fühlte ich bin froh nur 110 von Schleppern noch können sollte es knapp werden werden die Stadt die Europäer die Leute aufhören zu wollen bei den Menschen wollen wir uns zu hören Mache ich das schon. Ich will doch nicht dich in den Trecker her. Wie voll ist denn da noch? 67. Müsste ich eigentlich noch bis runterkommen. Noch definitiv. Oh, Leute walken voll. Und 113 Liter noch im Tank. So fest, es geht hier gerade mal bergauf. Ja, da fahrt aber auch ein bisschen mehr. Das siehst du gut. Das siehst du gut. Ich bin ja wieder 110 in Ordnung. Okay, 100 Minuten. Okay, ich habe mich betäuscht. Es sind 180. Du darfst nicht. Nee, halt doch, sieben, 100, 107. Nee, doch, 106. Na, was ist denn? Ja, keine Ahnung, also ich sollte mir vielleicht mal eine Brille zulegen. Ich sind 105. Alter, was? Wie viel schluckt denn der? Okay, 103. Ich sollte bergab rollen. Hahaha. Jetzt geht's, das geht nicht mehr bergauf. Merkst du? Ja. Letz ins Klatt 100. Okay, ich schalte den Motor aus und lasse mich runterrollen. Ja, ich schalte den Motor aus und lasse mich nicht zu halten. Ich wünsche, dass die Bahnher advertisement ist, somit nur das ist. Und die Stadttha hadn't, es war der друзья? Und wenn die Tankstelle zum Traktor kommt, dann bauen wir sie halt um. Schaffst die Gebiss zur Tanke? Ich bin grad hier am Stroh abliefern. Mal gucken wieviel Litern ich bei der Tante ankomme. Bin ich auch mal gespannt. Jetzt 93. Ja der Drescher ist auch jetzt hier so fast halb voll. Ein bisschen mehr wie halb voll. Ja von Tank her. Man könnte den auch mal noch tanken. Ich weiß nicht wie voll der war wo wir angefangen haben. Mit 90 Litern bin ich an der Tank angekommen. Ja geht auch noch. Kein Zulung. Eigentlich schon noch. Ach so. O-Schlisch fühlt dann Filme das Ding. Es kommt nur was drin? Ich habe noch etwas drin. Oh Gott. es 7.000 10 6 dort auch noch doch noch drinnen umdrehen 3 oder 4 mal hier eingefüllt an Benzin was hier ist um die Schwestern heilig den Städt-Vorpommern du kannst das New-Holland-Fischbund-Faum-Ulisten kannst du nur lesen so ansatzweise halb ich muss die Schmerzen so gut steht alles ist auch mal fertig mit Arthorben ich möchte und mann Punkt 7 und 3 Schlepp und ich kann sagen passen bis zu sein und zwar nur kurz auf die 740 Euro und es stimmt sofort und auf 7 und 3 ich ja es war klar war er war du hast bestimmt mutter alles nur kommt bei sieben und neununddreißig die mutung 35 insetzt es ist ein schluck sprich der schluck noch schlimmer ist ein französischer edel fachauer kann und teilt und durchsagen was ist ein städte Werkzeug ich bin mir vertreten einfach rum um die kurve gestern kommen nicht ohne zu schauen jetzt häng ich fest hier oder was das gibt's doch nicht brauchst du einen Schubser? ne ne passt ok noch mal Glück gehabt so jetzt tanke ich mal ja ja 6800 sind ja noch drinnen er wird es hier weiter jetzt müssen wir auch schon bedauern bis wir es reinfüllen ja wir haben unsere Fahrzeuge auch schon eine ganze Weile nicht mehr betankt ne ja stimmt manche Fahrzeuge schlucken ja auch oh ja wie der hier spätestens bei sieben und zwanzig mit Prozent aber wir sehen es wird am folgenden das war's wieder heute wenn es euch gefallen hat lasst doch ein kommentar da wo da wo alles wir bedanken uns was zu sehen und bis zum nächsten Mal tschüss 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 bis zum nächsten Mal tschüss